Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Murder am heutigen Tag. Na endlich, mit nur Dado und Zombie. Hi! Hallo! Alter, schicker neuer Skin, Zombie. Oder ist das etwa nur ein Gadget? Ui, 17% Leute, Alter. Jetzt geht's aber richtig ab. Ach, man hat gar keinen Kompass mehr, sondern die Map zeigt's an, oder wie? Scheinbar. Also das mit dem Kompass ist mir jetzt auch noch nicht so gut. Ich hatte auch keinen Kompass, als der Detective tot war für den Bogen. Oh, okay. Das heißt, es wird jetzt ersetzt. Achso, dann kann man es viel cooler finden, ja. Ja, ja. Aber was macht man mit einer Karte? Boah, Junge, ich hab schon viel Gold. Oh, warte, ich... Nee, nee, ich steuere mich. Ja, ja, ich bin Ritsch. Oh, ich hab auch viel Gold. Allo, ich hab nur ein Gold. Hallo. Den Gold. Geil. Achievement unlocked, that was easy. Ja. Ja, achievement Hunter. Du fährst Gold sammling. Allo. Oh, nee. Sollen wir jetzt Mörder, oder tötet er grad... Oder ist er grad gestorben? Such's dir aus. Er ist nicht mehr ein Tabulator. Sollen wir jetzt tot. Hi. Oh, oh. Der leckt, der leckt. Oh. Ist Palugo grad gestorben? Warum lebe ich jetzt schon wieder alleine? Och, nein. Och, nein. Ich hasse mein Leben. So, sechs Gold. Ui, was war denn da unten gerade los? Der Typ hat seinen Kollegen ergeschlossen. Alter Falter. Der war ja gerade richtig Halligalli. Warte, bist du der Mörder? Oh Gott. Sieht man den Bogen jetzt eigentlich auf der Minimip, oder nicht? Ja, ja, das sieht man, aber... Ach, es ist auch ein Pfeil. Einen Stock weg und... Er lebt. Bats! Nice, man. Sauber, okay. Ein Innocent. Komm schon, Pidizzle, alter. Mal looten hat mich gekillt. Warte mal so. Ich auch, aber ich hab nicht mal gesehen, dass er mich umgebracht hat. Ach, davon... Ich seh nur den Bogen. Ich seh jetzt aber nicht, wo der ist. Nee. Oder hat er den Bogen? Nee, das ist nicht richtig. Hier schickt er mich ab. Hier ist die alte Position. Hier lag er, als er getroppt wurde. Okay, dann hab ich keine Ahnung, wo der ist, alter. Ich bin in dem großen Raum. Da war ich bis dato noch nicht. Hallo? Hallo? Ja, 60 Sekunden, das finde ich ja klasse. Aber wo ist sie denn? Hä? Ich bin völlig... Das ist ein Er auf jeden Fall. Okay, ach so, okay. Ach so, ja. Jetzt findet er... Er ist einfacher. So, warte. Hier, wenn Palut nach einer Frau Ausschau hält, und dann ist das ein Kerl, das schon überrascht. Ja, da falle ich direkt aus allen Wolken. Oh! Du hast ihn gefunden. Ja! Nice one! Und jetzt runter. Bin ich schon einmal dran vorbeigelaufen? Ich glaube nicht. Nee, nee. Ah, nice one. Du warst aber kurz vor ihm, und dann hast du geguckt auf der Karte, wo der Bogen... Ach so, ja, nice. Classical Pedisal. Oh. Oh! Nee, die Map finde ich gar nicht so toll. Doch, ich finde die jetzt 10 mal so gut. Ich finde die super. Hey! Aber ich dachte... Ich möchte die Paluten nicht, Marc. Das ist in dem mal... Ja, man ist ja so unter Tage, und man sieht kaum was. Ja, ist doch schön. Also... Also für einen Mörder ist es, glaube ich, eher ätzend. Was gibt es hier für coole Gadgets zum Kaufen? Ähm... Habe ich best... Man kann irgendwie an die Oberfläche. Oh. Kostet das toll. Click to give... Ich hab nichts in meine Hand. Okay. Versuche ich später wieder. Das macht... Das macht hier ganz komische Geräusche. Hehehe. So. Schnell weg. Oh. Wie die Leute immer schreiben. Wait, what do YouTuber? Huh? Ja, ja. Leute, ihr habt keine Ahnung. Selbst wenn ihr unseren Content sehen würdet. Das bringt euch nix. Ihr versteht eh nichts. Leider nicht. Oh. Oh. Der Detective wurde getötet. Der Alarm. Das war... Hä? Ich... Warte, Detective. Das habe ich bis jetzt gerade gar nicht gewusst. Was? Bist du tot? Zombie? Brr. Brr. Ich... Ich... Ich vertraue dir. Ich gehe hinter dir her. Au. War keine gute Idee. Ich bin zum Morgen nämlich gelaufen. Ach, Mann. Play again. Das war echt eine blöde Idee. Ich vertraue dir, Zombie. Ich gehe dir hinterher. Pah. Ich habe dich nicht umgebracht. Nee, nee. Das war einfach eine schlechte Lebensentscheidung von mir. Also da gab es schon mal... Ja, mir zu folgen ist immer eine schlechte Idee. Ja, nee. Außer auf Twitter. Da könnt ihr mir alle folgen. Da folgt alle. Ed Zombie und Ed Maudado. Das ist ein krasser Twitter-Kuck. Ed... Ed... Ist doch Ed Maudado, oder? Hier. Da ist immer ein Morgen. Wieso? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, was er hat. Ist er verrückt? Ja. Ich bin in der Bank. Ich möchte mir gerne einen Pony. Ist einer von euch Bankräuber? Kaufen wir uns alle einen Pony? Die neuen Maps sind echt irgendwie alle offen gestaltet. Ja, ja. Aber die finde ich hier zum Beispiel cool, weil es halt schön alles draußen ist. Warte, wo ist das Pony? Und schön hell. Da sieht man Sachen. Ja. Hä? Ich weiß nicht mehr, wo der Ponyverkäufer ist. Ha! Doch, hier ist er! Aber kaufe ich mir jetzt einen Pony? Da ist so ein Ding. Wie viel kostet ein Pony? Pony kostet drei Gold. Ich habe drei Gold. Nee, ich habe sogar sechs Gold. Aber ich weiß nicht, ob es nicht smarter ist, einfach noch viel Gold zu sammeln, um dann... Wo ist denn auch gerne ein Pony? Ja, das Pony ist... Vielleicht dann der Mine? Nö. Äh, wartet. Ich sammle nochmal Gold. Also ich sehe den Zug. Der Zug ist ja die eine Seite und die Bank die andere. Warte mal, ich halte Ausschau nach euch. Guck mal auf die Map-Leges. Wo ein Sheriff-Stern ist. Ah ja, warte. Ähm. Ah, wie kann ich das jetzt... Ich sehe dich, Paluten. Hallo. Ach so, ja, hier. Hier vorne. Links rum. Da. Da ist Byhorse. Hier hat schon jemand ein Pferd. Oh. Ja, den habe ich gerade gesehen. Oh nee, das ist ein ganz verbotener Skin. Oh Gott, oh Gott. Oh warte, ich brauche nur noch zwei Gold. Ja. Ja. Hä? Du hast mein Pferd getötet. Wer hat dein Pferd getötet? Was ist da passiert? Hallo? Warum ist Maudado weg und warum hat er kein Pferd bekommen? Er hat ein Pferd, aber es ist weg. Oh Gott. Attacke. Du, 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 du. Patz. Du hast einfach mein Pferd umgebracht. Ich habe es gerade gekauft. Es tut mir leid, Maudado. Aber du hinset warst weg. Ich bin drei Zentimeter geritten. Nein. Oh Gott. Oh, das Pferd. Nein. Nein, geh weg. Pui. Patz. Warum so die Pferden so useless? Komm her. Hat der einen Bogen? Oh, er hat einen Bogen. Jetzt aber nicht mehr. Komm her, Alter. Los, goldener Schleim. Räche uns. Patz. Los, goldener Schleim. Los, goldener Schleim. Der Megaschleim. Was? Oh Gott, oh Gott. Ohi. Goldener Schleim. Nein, goldener Schleim. Nein, goldener Schleim. Goldener Schleim. Goldener Schleim. Nein, goldener Schleim. Was? Alter. Der hat sich so einmal 360 Grad im Kreis gedreht, weil er dich aus den Augen verloren hat. Der kam ja out of nowhere. So, jetzt ist er erstmal die fällig. Die Legs, aber des Todes. Kommt doch auf goldener Schleim. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Mann. Triff doch mal. Ja, endlich. So, wo sind jetzt die anderen Larrys? Hier ist eigentlich wirklich noch der Bogen. Guck mal, ob das mit der Map mittlerweile funktioniert. Nee, ich sehe nur den Bogen. Und der ist hier. Ja, erst ab 30 Sekunden siehst du doch die restlichen Spiele. Na, eigentlich war es früher auch, wenn nur noch eine übrig war. Ja. 60 Sekunden. Mann. Komm her. Oh, ich bräuchte auch nur noch ein bisschen Gold. Dann hätte ich auch noch mal einen Bogen. Wo ist denn das Sharkface? Kennt der? Ja. Och Mann. Der ist sehr warm. Sehr warm. Jetzt wird es kälter. Jetzt wird es auf einmal wieder wärmer. Oh, okay. Mehr Tipps gebe ich nicht. Jetzt. Ja! Aber das war... Also da kann sich auch niemand beschweren, meine Damen und Herren. Bei so einer großen Map. Danke, Zombie. Wenn ihr euch beschweren wollt, entfolgt mir wieder auf Twitter. Aber vorher einmal folgen, bitte. Ja. Und einmal schreiben, Zombie ist der Beste. I almost shot him her. Him please. TRX. Ganz ehrlich, das ist doch... Das ist doch ein männlicher Skin. Der Pedissel. Der ist doch ein... Der sprüht vor Männlichkeit. Mannsbild, pures. Ja. Das ist praktisch, als hätte man mich in Stein gemeißelt. Als hätte man zwei Beine an Testosteron angebracht. Ja. Pures Testosteron. Oh. Wo bin ich denn? Ah. Click to give pull lever party. Naja, da kommen so komische Geräusche. You have nothing in hand to give. Äh, here. Carly accepted your gift. You feel cursed. Hast ihm dein Bogen gegeben? Nein, ich hatte keinen Bogen. Hast du ihm Gold gegeben? Ich opfer noch mal was. War das hier? Hier auf der anderen Seite. Was sind das? Wo opfer ich Sachen? Ah, hier. Äh, grün... Grün-blau ist... Also er ist einfach nur grün gepunktet. Okay. Ah, ich sehe ihn. Ja, ich bin aber in Sicherheit. Oh, bin ich doch nicht. Nein. Nein, das ist eine Sackgasse. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh, er hat sogar geworfen. Du bist gut, Paluten. Ich weiß, danke. Bist du tot? Ja, ich hab... Oh Gott, Paluten. Was denn? Da liegt der Bogen neben dir. Paluten. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Wo ist er? Wo ist er? Oh, nee. Er ist hier runtergegangen. Da runter. Wo runter? Hier runter? Hier rein. Hier rein. Und dann hier runter im Kreis. Ah, ich sehe ihn. Jawoll. Nice one. Gut, dass du den Bogen gesehen hast. Ja. Mister Testosteron. Testosteron. Ich hab mal gehört, dass wenn man zu viel Testosteron hat, dass einem die Haare angeblich ausfallen. Also auf den Kopf. Keine Ahnung. Das sieht man noch muskulöser aus. Ja. Muskulös, aber mit Glatze. Und Mann, was ist das für ein asozialer Skin hier? Der eine hat so einen Hitler-Skin. Hä, was? Ah, den kann man doch bestimmt reporten. Ja, aber der hat eine Blume in den Haaren. Also, das macht Hitler auch nicht sympathischer, Alter. Das stimmt. Also, ganz ehrlich, so egal. Mehr Gold für Carly. Meinem Gott. Ich will das nicht. Ich warte das eine Mal auch. Aber ich hab einfach... Oh, oh. You feel cursed. Oh, nein. Ach, die kann man kaputt machen. Ah, hier. Ich bin auch da. You feel blessed. Ja, ich geb' ihnen jetzt auch was. Ich hab'n... Achso. Warte, in meiner Hand. Oh. Carly shows you that Ramakonda is the detective. Ich hab'n... Krass, ich hab'n... Echt? Das wurde jetzt verraten? Ja, es wurde mir gesagt. Und ich hab'n... Ich hab'n einfach einen Bogen bekommen. Ah, der Typ der letzte Runde Mörder war. Hä? Accepted my gift? Ja, passiert jetzt auch was? Ich muss noch hinbeziehen. Ha! Der wurde... Der ist gesch... Ey, ich mach' jetzt mal eine Sache. Ganz ehrlich, wo ist dieser komische Typ? Sorry, Alter. Das ist nicht lustig. Ich batz. Ist mir egal. Carly had... Wo ist der Spam? Der Curse of Spam? Mein Chat wird vollgespammt. Ich kann nichts mehr sehen. Das ist natürlich suboptimal. If you stand still, you take damage. Oh Gott, ist zufrieden. Aber warte mal. Damage? Du kriegst doch gar keine Damage. Dann bist du ja tot, oder was? Okay, der Fluch ist weg. Der Curse of Spam, ja. Ja! Juhu! Also der Typ der letzte Runde Mörder war, ist der Detective. Ja, das wissen wir. Ah, ich hatte den Mörder. Oh Gott, lauf zum Bain, lauf! Weiße Frau, weiße Frau, pinke Pony, Frau, weiße Frau, Hilfe, werd geworfen. Ich hab's gesehen. Ist nach oben gelaufen, mittleres Stockwerk. Hast du einen Bogen, Maudeido? Oh, der Detective ist da. Ich hab all mein Geld Carly gespendet. Oh Gott. Ich auch. Das ist der Detective. Oh oh, fein. Hä? Aber... Wieso hat sie nichts... Hä? Entweder ist sie doof oder unheimlich klug. Ich glaub doof. Los Carly! Oh nee, schon wieder ein Curse. Ich verfolge hier einfach die ganze Zeit den Mörder. Ich seh nicht mal, was für einen Curse ich bekommen hab. Ich kann nicht mehr sprinten! Au, als es geknackt hat? Vielleicht hat sie es doch nicht. Vielleicht hat Zombie sich mal geguckt. Hä? Die hat ein Schwert in der Hand. Und wollte mich schlagen. Äh... Die ist... Oh nee. Nee. Ach so. Hä? Ich hab ein Slowness Curse. Da ist er! Genau vor mir. Steht direkt in der Mörder, glaub ich. Ich folg dem Mörder gerade. Oh! Ah! Nein! Hilfe! Das Team immer noch... Ja, jetzt ist sie down, Alter. Das Team überhaupt immer noch geletert. Oh, was ist das denn? Alter. Niceer Curse. So, man, das war's mit der heutigen Folge von Minecraft Murder. Lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da und schaut bei Zombie und Maudado vorbei. Beide sind in der Videobeschreibung verlinkt. In diesem Sinne, haut rein. Ciao, ciao. Tschüss.